Altmaa, HD, kupsch, he he, toll. Und eine Zeit lang herrschte ein trügerischer Frieden. Bis zum... Tag der Ankunft. Dann wurde ihr tapferer Widerstand gebrochen. Nach Milliarden von Toten entzogen sich die Menschen der Feindherrschaft. Indem sie ihre Zivilisation zerstörten. Nun mündet der lange Kampf gegen jede Wahrscheinlichkeit in ein letztes, verzweifeltes Aufbegehren. Link auf die Floch. Check my T2 auf! Was macht ihr hier? Nicht befreien. Hier, zieh das an. Du wirst es brauchen. Dafür kannst du eine Menge Ärger bekommen. Nein. Die Lage hat sich geändert. Wir sollten gehen. Und die anderen Gefangenen? Wir können sie doch nicht hier lassen. Sie sind weg. Hoffmann hat alle begnadigt. Sieh mal es an. Willkommen daheim, Soldat. Scheiße. Scheiße. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Cheers of War Ultimate Edition. Mit dabei die sehr männliche, maskuline, aufgedunsene, bärtige Sibilisches. Hallo Leute. Hast du Steroide genommen? Ja, ganz viele. Was gibt es zu erzählen? Cheers of War. Cool Co-op. Wir spielen über den Microsoft Game Pass. PC kam raus. Also nehmen wir das an. Sehr cooles Co-op-Game. Und jetzt würdet ihr das mal sehen, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und ohne Splitscreen. Wir hatten es mal angespielt kurz. Auf der Xbox. Ja, aber wir sind nicht, haben es nicht besonders weit gespielt. Ne, weil es ist halt Splitscreen. Es ist halt immer ein bisschen schwer. Und man sieht nicht so viel, wenn man nicht viel sehen kann. Los geht's. Du musst vorgehen. Du musst vorgehen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir gehen meinen Weg zurück durch Wachquartiere. Das dauert, ist aber sicher. Oder wir gehen durch die Gefängnisblöcke und setzen uns dem Kampf aus. Deine Entscheidung. Welchen Weg? Wir kämpfen. Ich weiß, warum ich dich liebe. Nehmen wir uns die Gefängnisblöcke vor. Ups. Ich bin heiß. Ja, das machen wir. Ich habe doch jetzt Kampf gesagt. Ja, ist richtig. 6-4 hier Delta 2. Wir sind unterwegs. Ende. Verstanden. Wir legen jetzt los. Mal Platz Schwabbel. Ich muss durch. Kannst du nicht gehen, das so. Fox 1, Fox 1. 6-4 hier Delta 2. Nicht schießen. Wir sind im Gefängnis. Over. Roger. Halten Feuer. Scheiß den Standort ändern. Wenn die Zentrale wüsste, was ich hier mache, säße ich in der Scheiße. Los. Es hat sich aber echt gut gehalten. Meine Güte. Also es sieht immer besser aus, als wir auf der Xbox. Und, äh, meine Güte. Ich habe das damals schon mal durchgespielt, aber das ist sehr viele Jahre her. Sehr viele. Was zum Teufel geht deinem Gefängnis ab? Das ist leicht. Das erste, was du machst, ist draufschießen. Das könnte der Zombie sein. Das könnte ich sein. Also, was ist das Ding, draufschießen. Achtung! Epische, coole Physikseffekte. Oh. Äh, Delta 2, Locus auf der Brücke, Ende. Okay. Okay. Hätte ich auch nie mit nachgekommen. Ich kann schlagen. Okay. Also, euch. Ende. Verstanden. Wir holen bereits den Ball. Markus, schnapp dir die Granaten. Seh ich immer zwei. Guck mal, ach so, ich kann einmal nehmen. Es sind noch welche, genau. Ach so, ein bisschen mitteilen, okay. Ja, Munition auch. Du kannst ja auch, glaube ich, wenn du die Schleuders, auf die, draufschleudern, dann, äh, kriegen wir an ihm dran. Okay. Schön! Mist! Markus, nutz deine Granaten! Jetzt sind alle tot. Jetzt können wir keine Granaten. Ja, wir sind gut, was? Munition schnappen! Oh, oh. Der Postbote. Ich geh hier nach hinten in Deckung. Ist einmal zu so witzig. Du musst aufmachen, die Kalkoerswolle. Die gehen nicht ohne das Paket abgegeben zu haben. Die schweißen sich auch durchs, durch die Tür. Warte. So, und jetzt. Achtung, sie kommen! Ah, da kommt noch einer, sehr gut. Gutes Timing! Gutes Timing! Ich will mal Schiff zum Sprinten drücken. Ja, ich auch, ruhigbar. Ständig. Boah, Kopfschuss! Noch mehr, rechts von euch. Könnt ihr die aufhalten? Ende. Negativ, ihr könnt nur ein Ziel decken. Ihr braucht eure Waffen. Over. Negativ, negativ. Sind auch unter dem linken Beschuss. Stand by. Sie kommen! Schnell, schnell! Scheiße! Hier, Lex 1. Bin getroffen, bin getroffen! Ich steuhe rum! Was macht er denn da? Einer ist wirklich. Ich mache mal zwei, jetzt noch einer. Ach so, ich habe den einer gar nicht mitgekriegt. Hallo, wir wollen abgeholt werden. Wir haben nichts zu tun. Sind alle tot. Wir brechen den Einsatz ab. Wir brechen den Einsatz ab. Holen jetzt Delta-Trop raus. Oh, Wunder. Delta, unter der Erde bewegt sich etwas. Sehe ich auch. Was ist da los? Was weiß ich? Markus, wir müssen jetzt los zum Raven. Los, los, los! Los! Los, los, los! Ach so, ich bin in die falsche Richtung gesehen. Ah, hier. Also, das ist 14 Jahre nach der Invasion. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, zwei oder so. Wir kommen beim Delta-Trop. Wohin geht es? Embry Square. Colonel Hoffmann wartet auf uns. Hoffmann? Ah, scheiße. Das wird heftig. Hey, bist du der Markus Phoenix, der in SV-40 gekämpft hat? Klar. Wow, cool. Nicht wirklich. Sie! Ein Verräter wie Sie hat die Uniform nicht verdient. Scheint so, als könnten Sie jede Menge Hilfe gebrauchen. Zur Seite! Lieutenant, gute Nachrichten. Wir haben einen Plan, den Krieg ein für allemal zu beenden. Sicher, klar. Sensoren erfassen alle Fightbewegungen, Sir. Ganz klar. Dein Charakter hat total Spaß, die ganze Zeit. Ja, krust! In Deckung! Bewegung! Wir haben jetzt die Leichtmassenbombe. Diese Bastarde erledige ich mit einem Schuss. Aber ohne die Zieldaten funktioniert das nicht. Darum brauchen wir den Resonator. Der erkennt die Tunnels. So können wir die Huren-Söhne in ihren Löchern treffen. Jetzt bin ich sauer. Da oben! Kontakt zum Alpha-Trupp abgebrochen. Letzte Übertragung kam zum M-Ris-Swehr. Gehen Sie da hin. Sehten Sie die Leute und setzen Sie diesen Resonator ein. Werden wir aus der Luft unterstützt. Machen Sie Witze? Sie sind die Unterstützung, Mann. Zwei noch! Nee, Marzisst lassen unsere Vögel nicht in den Bereich. Also müssen Sie zu Fuß da rein. Wir sind im Arsch. Alles klar! Aber der Leutnant hier versorgt Sie mit Infos. Ja, Sir. Und im Moment wäre es das Glückste zu verschwinden. Sieh, tu sieh's! Die Frau müsste eigentlich auch sprechen, so wie die. Ja, ich helfe euch. So wie, äh, so wie, du. Ja, Käpt'n. Oh, endlich eine richtige Waffe. Meine Güte. Kettensäger ausprobieren. Oh, ist keine mehr da. Die Treppe rauf, Alphardau. Ja, 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 ja. Okay, Mann. Es geht los. Bringst du's noch? Werden wir sehen, oder? Bringst du's noch? Alter Mann. Mist! Oh, ja. Kann ich jetzt Weine mitnehmen? Ah, okay. Was mitnehmen? Man kann zwei Waffen tragen. Hier, du kannst einmal auch die jetzt mitnehmen. Die hier. Ja? Ach, das bist gar nicht du. Entschuldige, ich dachte, das ist das andere. Äh, hab ich die zwei Waffen? Also, ich weiß nicht. Ich hab jetzt diese erste, die wir aus dem Gefängnis haben. Ach nee, ja, ich hab jetzt drei Waffen. Die Bösewichte benutzen irgendwie die gleichen. Die Bösewichte. Ah, Cinematik. Damals sehr imposant. Heute immer noch okay. Maden? Maden? Marchus. Marchus! kommt hier zu. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Marchus, linke Seite! Mist. Ah, Mist. Hast du irgendwo ne Lebensanzeige oder so? Ich glaub man kann doch ne Kanatis-Loch werfen. Ich hab keine Ahnung. Also ich seh keine Lebensanzeige. Und Munition. Aber ist ja okay, da kann man mehr sehen. Ach da, rechts oben ist Munition. Wenn der nachlädt, dann läuft der irgendwie so Balken durch. Muss man irgendwas drücken oder so? Ach so, dann kannst du glaub ich perfekt nachladen. Ach so, okay. Ja, dann drückst du nochmal R und dann bist du schneller nachgeladen. Ich glaub dann hast du sogar einen Bonus oder Munition sparen. Ich bin mir sicher. Oh gut, dass du das gesehen hast. Ich hab nämlich nur gefragt, was das ist. Ich glaub, ach, dann verbraust du keine Munition. Ah, cool. Da tu ich praktisch, wenn man mal nicht passt hat. Oh, ich hab nur noch ein Magazin und dann... Bam. Yeah. Ja. 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 Kann ich auch irgendwie noch da und so? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaub schon, ja, aber eine Motion liegt da. Okay, ich öffne die Tür, ich hab den Code. Das war auch dein Job. That was your purpose. Wahrscheinlich dein einziges Job. Der stimmt wahrscheinlich sowieso in einer Cutscene, also... Spoiler! Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da hinten kommen sie jetzt. Ich hör's mal eine Granate drauf. Ups. Das war zu kurz. Und das war auch falsch. Meine Güte, die haben aber auch ein Radius. Ich hab da mehr da, ne? Jetzt hab ich nur gerade geworfen. Entschuldigung. Äh... Mein Nacken geht nicht, Mann. Ach, geht nur vorher. Nicht wenn ich direkt dran stehe, okay. Meine Waffe ist schon ziemlich leer, aber ich krieg keine Munition. Oh, hier ist Munition. Ich glaub, wenn der Kreis auftaucht, dann sollte man lieber in Deckung gehen. Okay. Hä, hä. Hä, hä. Ja, wenn der Sound ein bisschen komisch ist. Manche Sounds sind zu leise, manche zu laut. Also die Schussbräuche sind sehr, äh, dumpf. Aber wir mussten das Spiel leise machen, sonst hätten wir uns nicht mehr gegenseitig hören können. Hast du die Marken mitgenommen, die rumladen? Munition. Nee, du? Hat er grad gesagt, es ist ihre Familien, aber ich seh keine mehr rumliegen. Ich glaub, das sind auch sowieso nur so Level-Collectables. Ach so, na gut. Na gut. Aber für ihre Familien. Er ist tot, Jim. Ja. Verdammt. Ich hoffe, das ist nicht Hoyas da unten. Sein Junge wurde letzte Woche zwei Jahre alt. Da kommt doch bestimmt gleich was Großes. Ich brauch die Munition. Ist viel wichtiger. Ja. Ugh. Nun, es könnte Alpha sein. Die Hundemarken sind weg. Ist das der Resonator? Nee. Was nun? Holen wir den Resonator. Markus. Was denkst du? Was ich denke, könnte Alpha sein. Oder auch eine Falle der Locust. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Unser nächstes Ziel ist das Haus der Souveräne. Geradeaus. Schnell. Die Locos. Ist kein gut ausgewählter Name. Wir sind die Locos. Klingt nach Toilette, ja. Oh, scheiße, das ist ein Schütz. Hast du noch eine Granate? Äh. Scheiße, zu kurz. Ich bin tot. Ich hab keine Mütze von mir da. Warte, ich komme sofort. Ich hab zu kurz geworfen. Markus, rechte Seite. Das war Zeit. Ich hab den vollen Knopf gedrückt. Danke, Mann. Bitteschön. Kann's auch um die Ecke werfen. Hab ihn erledigt. Sehr schön. Ich geh mal hier lang, das Munition. Brauch Munition. Okay, ich denke daran, beim nächsten Mal. Nachdem du die Munition aufgelesen hast. Ah, ich hatte aber auch nichts mehr. Da ist Munition. Kann man das hier irgendwie... Ah, jetzt hab ich die Munition. Gaaaaaah! Buh. Der Song vom Kopf zermatschen ist voll laut. Ich war gestern dort das Super nachladen. Ja, ich auch. immer zu spät oder ich tue zu früh ich gehe mal rechts oh scheiße ist aus Versehen meine Waffe gefallen ich habe Granaten aus Versehen auf meinen Gürtel gehangen hier sind noch mehr Granaten ich glaube hier passiert gleich was ganz großes Achtung Bosskampf ich bleib mal hier am Boden hier ist noch die Granaten hier ich meine jetzt hätte ich mal richtig nachladen sollen ich gehe mal hin an links ich will eine Schrotfit haben ich will eine Schrotfit haben noch ein Madenloch lass es hoch gehen ein Madenloch? wo? hier vorne ich werf schon eins nach links da auch die kommt da immer die kommt da immer schön ja im englischen sagen ja weißt du weißt du weißt du ich habe das erste mal auch in der englischen Sprache gespielt das ist natürlich deutsch ist halt sehr uncool ja deutsch ist halt eher eine Sprache für sehr ernstes Faxen Gruppe 1 über linke Flanke hervorragend guter Schuss das ist dann sehr bestätige Feind ausgeschalten oh das wollte ich nicht ne schon voll der nachladen ja ja helft ich darf halt nicht so oft nachladen dann muss ich das auch nicht so oft machen wir sind gut was? Munition schnappen jetzt ist aufgehoben das Munition links nein ich habe schon welche aufgehoben gab wohl was zum Henkermann gibt's diese Löcher überall wir müssten doch inzwischen ein verdammtes Wetter dagegen haben brauchst du ich brauch nicht ich nehm sicher es wurde alles probiert aber nichts klappt die Locust kommen nach belieben die Locust wegen so etwas hatte ich als Kind Albträume scheiße auch jetzt noch das beste an der Gaming industrie seit kurzem sind einfach gute Remasters und so ich meine das ist also wenn ich mir wir müssen uns wohl trennen Konsolen Ports von damals oh mein Gott äh na gut das ist ja kein Konsolen Ports das war ja schon für PC rechter oder linker Pfad was willst du? mhm rechts gut Fenix sie mit Carmine nach links Dom und ich nach rechts ja Sir mach's gut wir sehen uns äh nachher wieder hast du ihn jetzt getrennt? ja was warum? musst du zuhören die lässt dann auch ok na gut aber ich hab den Glatzbruch bei mir na gut ich hab den No Name verstanden also aufpassen ne nicht down gehen sonst ist nur damit von vorne ja ich versuch' aber ich glaub du hast deinen äh Verbündeten dabei ich glaub du heb dich auch auf ich hör dich ballern ist ja oben geschützt ich kann sein dass ich das ausklipsen kann ich mach das weg ich hab ne Granate drauf geworfen ich glaub's weg kann sein dass ich das ausklipsen kann achso ich hab ne Granate drauf geworfen ach hier hallo 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 also brauchen sie nicht meine Hilfe na gut das ist cool ne das ist gut dass man sich so trennen muss schon wieder ein geschützt ach da bin ich wieder ach da bin ich wieder das ging ja schnell ok den haben wir er ist noch ein geschütz da oben ist ein geschützer ich hab leider keine Granate mehr ich geh mal hier weiter ich muss näher dran und für die Granate glaub ich flankiere denn jetzt na ja jetzt tot ist tot ist tot ist tot ach so Mist hat ihn geworfen mann da hab ich so schön gezielt haha äh äh jetzt hab ich ein paar mal nachher vergessen oh oh schnell ans geschützt jemand auf die Troika Troika Troika? Griechenland? ist das nicht äh nie dabei mit der Troika ne nehmt das Griechenland ne nehmt das Griechenland nehmt das Schulden nehmt das Schulden ja genau nehmt das Schulden Rettungsschirm ich hab wieder den Kopf getrennt ich hab's gehört hehehe 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 kommen da doch welche hinne ach doch das du noch hehehe pfff gut so Leute jetzt suchen wir nach dem Resonator auf geht's hä? hast du es gehört? ja wow blablab blablab noch mehr Locust hinter der Tür kommen die wahrscheinlich vor bestimmt ja ich hasse Türen ich hasse Türen Carmine und ich bleiben zurück um sie aufzuhalten was ist mit Alpha? wir versuchen sie zu retten ok bleiben wir kurz stehen wir müssen uns verabschieden bis zur nächsten Folge Cheers of War Ultimate Edition sag tschüss und bis dann tschüss haut rein Leute zugrinnen gug g 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 Bis zum nächsten Mal.